Die Vampirschwestern fliegen durch die Luft. Ein Konzert mit vielen Statisten. 2013 drehte das Team für den zweiten Teil von Die Vampirschwestern in Schwalmtal. Nun kehrt die Filmcrew zurück und dreht an derselben Location für den dritten Teil. Diesmal hat sich die Kirche an der Kent School in einen Thronsaal verwandelt. Der wohl unheimlichste Ort in der Umgebung ist natürlich besonders gut für den Grusetal im Film geeignet. Auf dem Gelände ist ein kleines Wagendorf entstanden. Hier kommen die Schauspieler unter. Aber auch Maske, Kostüm und Catering finden hier für die Drehtage eine kleine Heimat. Diese vier Gestalten sind auch dabei. Sie sind Statisten und spielen in Vampirschwestern 3, die Wachen der Vampire. Durch die Arbeit am Set sind sie immer mittendrin und überall dabei. Man reist ja überall hin mit, durch Höhlen. Dann waren wir noch in einem Lavakeller unten, also unterirdisch in einer Höhle. Und jetzt hier im Kloster, das ist schon wirklich aufregend. Ich habe als Student in Köln angefangen, Komparsenjobs bei die Agentur EIC zu machen. Und ja, dann kommt halt von Hölzchen auf Stöckchen, wird man dann immer wieder gefragt, wenn man zuverlässig ist. Ja, und so wurde ich dann halt gefragt, ob ich Lust hätte, hierbei mitzumachen. Ja, jetzt bin ich hier. Neben den schönen Dingen ist der Tag der Statisten auch stressig. Ein voller Terminkalender und viel Wartezeit sind normal. Wir kommen ziemlich früh morgens hier hin, dann müssen wir erstmal ins Kostüm, damit wir so toll aussehen, wie wir es jetzt tun. Dann geht es ab in die Maske und ja, dann geht es ab ans Set. Damit das alles so funktioniert, muss viel Vorarbeit geleistet werden. Denn jede Rolle hat ein eigenes Kostüm mit viel Liebe zum Detail. Und auch andere Ansprüche müssen erfüllt werden. Ich finde, das Schwierige daran ist eigentlich vor allen Dingen, dass man bedenken muss, dass wir ganz viele Stunt-Sachen machen. Also sprich, die werden gewired, das heißt, die werden aufgehängt mit Geschirn. Und dass man viele Sachen doppelt braucht, dass man nicht einfach irgendwie Second-Hand- oder Flohmarkt-mäßig losziehen kann und sagen kann, okay, kaufe ich einmal, brauchst du dann halt dreimal oder viermal. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, das Schwierige daran, aus diesen alltäglichen Sachen dann doch was Besonderes zu machen, was du aber vervielfältigen kannst. Also das finde ich schwierig. Fünf Tage lang dreht das Team in Schwalmtal. Und so ein Drehtag dauert mehrere Stunden und oft bis in den Abend. Ohne ihn geht es deshalb nicht. Caterer Niklas. Er sorgt für die Bedürfnisse der Crew. Es fängt morgens mit den Eierspeisen an, dass jeder so seine eigenen Vorlieben hat. Einer will ein gekochtes Ei, der andere will ein Spiegelei, der andere will ein Rührei. So kann man sich das vorstellen. Das ist ja eine Permanentversorgung. Dann kommt nach dem Mittag wieder Schnittchen, dann kommen Brote, dann kommen Kuchen, und dann kommen Süßigkeiten, Obst, Rohkost. Es geht in einem Schnürchen durch, von morgens bis abends. Viel zu tun also und das den ganzen Tag. Von der Crew kommt dann auch der ein oder andere Extrawunsch. Manche sind schon mit einem Kinderriegel zufrieden. Und bei den anderen ist es dann halt geschnitzte Möhrchen. Am Set herrscht klare Hierarchie und kontrollierte Hektik. Jede Menge Gewusel und viele Leute, die alle genau wissen, was sie zu tun haben. Schnelle Umbauten müssen gemeistert werden, bis es dann heißt, Ruhe bitte, wir drehen. Und dann kommt der Einsatz von unseren Vampirwachen. Einer der Stars vor der Kamera ist Comedian und Schauspieler Michael Kessler. Er spielt den Vampirjäger im Film. In Schwalmzahl zu drehen, ist schon etwas Besonderes. Ziemlich abgefahren. Ich war noch nie hier in der Gegend. Und das ist ja ein riesiges Gelände. Ich habe auch schon gehört, was es alles mal war. Es hat eine sehr illustre und auch teilweise sehr tragische Vergangenheit, diese Location. Ist uns aber bewusst. Knapp eine Woche ist das Team in Schwalmzahl. Dann geht es weiter in Richtung Bayern. 2016 kommt der Film dann in die Kinos.